Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen in meinem Wohnzimmer. Es gibt heute wieder ein 20 Minuten Workout. Wir arbeiten 10 Minuten durchgehend und haben dann eine einminütige Pause. Du brauchst eigentlich nichts außer einer Matte und vielleicht ein Glas Wasser. Und einfach den Übungen folgen. Für mich ist es auch das allererste Mal, dass ich diese Serie mache. Man wird immer besser mit dem Üben. Und let's get started. Okay. Okay. Und dann. Und jetzt. Wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020